Ja. Das heißt, als nächstes gucken wir uns hier unten erstmal fertig um. Die Ecke will sich von hier aus nicht aufdecken lassen. So. Ja, Fässer sind meine Freunde. Manchmal enthalten sie nämlich auch Tränke. Ah, hi. Ein Mace. Da sind noch Fässer. Da sind noch eine Squad of Town Portal. Äh, gut. Oh, Potion of Healing. Potion of Healing nehme ich auch immer gerne mit. So, Fässer beschützt mich. Ja, so eine Fassbarrikade ist nützlich. Chainmail. Okay, der Raum sieht wie der Letzter auf dieser Seite aus. Oh, Sterb-Temperale. Skullcap brauchen wir nicht. Aber für den Bekan das Gold. Ja, der da lässt sich nicht so leicht unterbrechen, leider. Oh, hier ist größer als gedacht. Ach, so. Okay, hier ist nichts. Guck, liegt hier was. Und... Und sterben zum Glück auch. Oh, da habe ich was gefunden. Also, irgendwie ist die eben da angenehmer als die Letzte. Und ja, der nächste Level hat mir noch ein bisschen lau. Und ja, die Chainmail sieht nicht besonders wertvoll aus. Äh, Skull-Of-Tem-Portle liegt da. Kalt und noch mehr Kalt. Wow, sehr viele Gegner. Besser. Besser verratet mich doch nicht. Ah, Gott sei Dank. Level up. So, machen wir das mal so. Dann sehen die Zahlen einigermaßen schön aus. Ihr Verräter. Geht sterben. Gold ist gut. Wow. Nieder sind nicht so gut. Oh, viel zu viele. Warum habe ich das Gefühl, dass das nicht schon alle waren? Ah, doch, waren alle. Da oben ist frisches Bierzeug. So, bitte den Gegner treffen und nicht in die Pampa schießen. Das wäre nett. Noch der Squad-Of-Tem-Portle. Hier ist nichts. Also nichts nützliches. Leider. Und noch heil. Stirb einfach, bitte. Dankeschön. Ja, Stück für Stück. Oh, das sind wieder viele. Jetzt kommen sie aus zwei Richtern. Hier ist eine Large Chest. Okay. 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 Also ja, das Gute an ihnen ist, sie kommen nicht mehr so nah an mich ran. Wie noch die Ritter auf der Ebene vorher. Und ja, das ist eine 1-2-Entspiegelung. Also wenn wir hier unten gucken, ist alles 1-zu-1 gespiegelt. Ein Ring. Oh. Oh, Boss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also Midi-Boss. Ja, ich seh dich da, Fängskin. Some magic resistance, some magic immunities, okay. Ja genau, zuck ruhig herum. Dann stirb. Ah, Buckler. Ja, und ich glaube, bevor wir dann ins nächste Level gehen, gehen wir erstmal in die Stadt zurück. Das Zeug verkaufen und mit jeder Menge Heiltränker ein. Nichts besonderes fallen gelassen. Und hier drin ist auch nichts mehr besonderes. Den wollte ich nicht aufgeben. Äh, das ist gut. So, haben wir hier oben noch mal was sehen. Oh ja. Ja, das Cape können wir mitnehmen und noch ein bisschen Geld damit machen. Hier ist nichts mehr. Ja, unten könnte noch was lauern. Ja, Black Knight und ein paar verräterische Fässer. So, das heißt, auf Ebene 15. Jetzt kommt das Endgame langsam. So, wie viele Town Portals haben wir viel zu viele. Guardian kann verkauft werden. So, Kane dürfte eine Quest-Fürze haben jetzt. Hallo, mein Freund. Bleib ein bisschen und hör'n. Cape, taugt nix. Die taugt auch nix. Der Ring-Mana. Nö. Wow, was kann ich für dich tun? Den Bogen verkaufen, den Bucklaut, ohne den Ring, alles weg. Sort of Sorcery, Arm of Structure und alles nichts, was er hier hat. Hast du was Neues zu sagen? Greetings, Good Master. Welcome to the Tavern of the Rising Sun. Nein. What ails you, my friend? What ails you, my friend? So, das dürfte er reichen. Oder hast du noch vollen Revenition? Nein, aber du hast Elixiere. Na, dann nehmen wir das dann mal. Okay, gib uns Geld. Wir müssen Elixiere kaufen. So, jetzt haben wir wenigstens auf jeden Fall genug Halt, What ails you, my friend? So. Dexterity, Stärke, Magie, alles mal wegsaufen. Ah, what ails you, my friend? Ja, gehen noch. So, only wenn sie jetzt haben wir noch ein bisschen Quatser Adrian mit. I sense a soul in search of answers. So. Die Scroll of Guarding kann weg und die Scroll of Nova kann weg. Kauf. So, 5, 4, 5, und ansonsten hat sie nichts tolles. Ja, Scroll of Identify hat sie gerade auch. Keine. 5, zrobicell 신, 20, 20, Dann ab der nächsten Ebene wird es dann richtig hässlich. Also ab der Ebene, wo wir jetzt sind. Ich wurde jetzt aber ehrlich, dass ich keine Quests kriege. Guten Tag! Wie kann ich dir servieren? Oh, das ist doch noch lange. Ich weiß nicht, dass ich das späne. Hier hin. So, jetzt haben wir ein bisschen Platz. Ja, jetzt dürfen wir uns wieder mit Fernkämpfern. Hey, nix hier der Stärke. Das nehm ich gleich gerne mit. Oh, und ich hab' Chest. So, ein Maze-Bomb bin ich. Das ist ein Mails-Bomb bin ich. Ho, ich habe ihn mit. Vielen Dank.